Drop dein Like, drop dein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Kommt auf meinen Discord, erste Link in der Beschreibung, um bei diesen Trolling-Videos mitzumachen. Also wenn da kein Admin ist, weiß ich auch nicht weiter. Ah, da war sogar kurz einer. Oh nein, die kommen gleich direkt. Was ist los, Kollege? Ja, komm her, Kollege, komm her. Hey, bitte, lassen Sie den Rotor? Bleiben Sie stehen? Ah! Es tut mir leicht. Warum schlagen Sie? Das war zu sehen. Ich bin ein Bekannter von Ihnen, ich möchte gern Polizist werden. Ja, aber dann verstecken Sie sich doch nicht. Jetzt sieht man meine Glatze und sie haben Körperverletzung mir angetan. Der Herr, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Sie sind ganz schön hässlich. Oha! Gucken Sie mich doch mal an, Alter. Ich darf das sagen, weil ich selbst hässlich bin. Ich will jetzt eigentlich Polizist werden und keine Weisheitssprüche raushauen. Äh, ganz kurz, Park, ihr Antrag ist gerade in Bearbeitung. Ah, schade, der wurde abgelehnt. Äh, wie bitte? Sie werden leider kein Polizist, der wurde abgelehnt. Äh, wieso? Da kann ich leider nichts für. Hallo! Der wurde leider abgelehnt. Ja, ja, ja. Was, der wurde nicht abgelehnt, Alter. Ich dachte schon, dass Sie so ein 31er sind. Nee, Sie sind so, ich glaube, Sie passen hier gut rein. Ja, ich weiß, Sie passen überall gut rein. Können Sie, Sie könnten... Ich kann mich gut anpassen. Also, ich sehe Sie hier auch einfach... Ich bin wie eine Schildkröte, ich passe immer ins Gehäuse. Ja, wissen Sie, ich sehe Sie hier als Praktikant in etwa drei Monaten. Wie bitte? Was für drei Monate, Junge? Ja, drei Monate ist so eine schöne Zeit, weil wenn ich jetzt hier sage, dann ist es scheiße. Wissen Sie? Nein, ich halte drei Monate, jetzt! Ja, jetzt! Ja, kommen Sie mal mit dem Deck, ich muss mit Ihnen reden. Wenn Sie das hören, dann werde ich sofort Polizist. Okay, kommen Sie mit. Hauen Sie mich... Ja, sehen Sie, sehen Sie diesen Ausweis? Ähm, das ist ein Admin-Ticket und damit möchte ich gerne, ähm, Polizist werden. Ach, Sie sind bei der Suppe? Ähm, ja. Sicher? Ähm, ja. Können Sie sich mal kurz zeigen? Ähm, was meinen Sie, hallo? Gar nichts als... Ich weiß nicht, was Sie meinen. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man da was einrichten, dann müssen Sie mit meinem Papa reden. Ähm, ja. Dann nehme ich mir meinen Admin-Ausweis wieder. Ähm, ich weiß nicht genau, was Sie meinen, aber nehmen Sie was Sie machen. ÄH! Wenn Sie jetzt wandern, Alter! Bruder, ich hab mies kassiert. Ich wurde illegal am Mordet, helfen Sie mir. Hallo, der Herr, sind Sie Priester, oder was? Nee, aber ich wurde illegal am Mordet. Richtig. Ich wurde mit dem Hammer am Mordet. Also mein... Hallo, mein Kollege hat mich mit dem Hammer am Mordet. Aber dann kurz an die Wand dran und die Endo. Ähm, der ist dann mal schon. Ich bin ganz nett, ich tue nichts. Der Typ hat mich mit nem Hammer ermordet. Ja, keine Sorge. Nein, das war nicht mit nem Hammer. So, der Herr. So, jetzt folgendermaßen. Sie haben meinen Officer geboxt, oder was? Nein, er hat mich mit nem Hammer getötet. Ich hab's auf Bodycam, das ist nicht mit nem Hammer. Was ist denn mit Bodycam? Hallo? Boxen meinen, ähm, Officer. Wie ihren Officer? Einen Hammer. Nein, er hat nen Hammer. Nein, 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 gucken Sie, nein, gucken Sie. Er hat nen Hammer und wollte mich damit umbringen. Er hat mich damit umgebracht. Lass mich jetzt mal ausreden, Alter. Er hat mich mit nem Hammer umgebracht. Halt sie kurz ruhig. Das darf er nicht. Ich habe... Ja, er hat mich geborgen. Hallo, saß nicht. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, wollen Sie mich erschießen, weil ich rede? Ruhig, ey. Sie dürfen mich erschießen. Sie hat mich beobachtet. Jetzt bist du ruhig, jetzt bist du ruhig. Du bist ruhig. Ich hab das Recht zu reden. Ich hab das Recht zu reden. Menschenrecht. Du hast das Recht zu schweigen, Kollege. Ey, ich hab gar nichts gemacht, außer geredet und vom Hammer ermordet werden. Hallo, was hab ich gemacht? Welche Straftat liegt vor? Reden. Ja, ja, alles gut. Oh, ich weiß nicht. Freiheit. Nein, er ist direkt hinter mir. Sie dürfen nicht scharf schießen, sie dürfen nicht scharf schießen. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Ich hab die Beine, Kollege. Hallo, machen Sie da gerade Drittportal. Gehen Sie weg. Ich darf doch laufen. Ah. Hallo, wo war der Call? Das ist ein Hendo-Kunde. Los, Hendo. Ey, was für Pistole. Los, dann die Hände hoch und die Wand. Hallo. Oh, was ist eine Pistole draus? Das darfst du gar nicht. Los an die Wand jetzt ran. Keine Faxen jetzt hier mehr. Oh, Hammer. Das merke ich mir. Ich komm nicht in meinen Träumen besuchen. Los, weiter, weiter. Jetzt hier schön stehen bleiben. Hände weiter um. Lass sie sich umdrehen. Umdrehen. Hände auf den Rücken. Umdrehen. So. Ah. 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 Ah nein, jetzt falle ich durch die Karte. Hoffentlich spawn ich nicht bei denen. Das wäre natürlich mies Karma. Ah, perfekt. Es wird Rache geben. Das kann ich euch versprechen. Es wird Rache geben. Es wird Rache geben. La, 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 la. Ah, perfekt. Ich kann mir gerade so eine Pistole leisten. Da haben wir auch schon unseren Blister. Noch ein bisschen Munition vielleicht. La, 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 la. Da kommt er. Hallo. Gehst du mal bitte da rüber? Wieso? Die Straßenseite. Ah. Ja, ja. Was hier los ist? Nein, keine Ahnung. Hier sind ein paar tote Leute. Was soll ich damit anfangen? Hallo. Oha, einfach Admin-RDM. Der, der. Der Blaue, der ist... Oh nein, bannen die mich jetzt einfach so ohne Grund. Einfach so ohne Schuss können wir alles. Oh nein, bannen die mich jetzt aus einer Aussage. Bitte bannen mich nicht, nur weil er die Aussage tätigt. Mal gucken, ob der Admin schlau genug ist und auch mich nach einem Clit fragt oder ihn der andere Clip rein. Und er ist dann stehen geblieben. Ich hab gesagt, dann gehst du jetzt mal bitte rüber auf die andere Straßenseite. An der Lichtsäule vorbeigegangen, hat sich umgedritten, hat auf einmal eine Waffe in der Hand und hat geschossen. Ja, hallo? Digga, wir wissen beide, was ich meine, okay? Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Oh, oh, da hinten ist ein Admin. Ja, ich bin auch einer. Ähm, was für eine Farbe hat Jan? Grün. Kommen Sie mit, Sie können eingereicht sein. Spaß, Bruder. Oha, ich dachte schon. Du Unehrenmann. Komm, wir gehen jetzt ein Reise, okay? Okay, Sätzchen, wir machen jetzt. Ähm, ich mach immer ernst. Was gibt's da zu lachen? Ich bin professioneller RP-Spieler. Was ist denn RP, der Herr? Ähm, das ist Rossi Pommes. Was, Sätzchen, okay, was der ADM sagen wollte? Ähm, mach ich leidenschaftlich. Sieh, ich bin grad im Kopf. So, jetzt nochmal. Ähm, darf man mit einem qualmenden Motor weiterfahren? Was, ja? Nein! Ähm, man darf mit qualmenden Motor weiterfahren. Nein. Doch! Nein! Nein! Nein, dann explodiert dann nicht mehr, aber so, ja. Ey, Bruder, ich muss eigentlich jetzt schon einreisen. Sie haben miese Kopfschmerzen, kaufen Sie sich mal Internet. Ja, als Maul. Ja, treffen können Sie auch nicht durch Ihren Ping. Haha! Können Sie das Lied, Ich bin ein Gummibär? Ähm, ja, das können Sie mir ja mal vorsingen, wenn Sie wollen. Singen Sie das mal. Singen Sie das? Komm, wir singen zusammen, okay? Ja, okay, wir singen. Drei, zwei, eins. Ich bin ein Gummibär. Du Rundesohn, Digga. Haha! Hast du etwa gerade allein, ich bin ein Gummibär gesungen? Nee. Haha! Was einreisen? Nein, 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 der macht, der macht, der macht, der da wegkommt. Warte doch mal. Nein, bann den nicht, bann den nicht. Ich bann den nicht. Ich bann den nicht. Harte, ich liebe dich. Harte mal die Fresse. Was? Ekelig, du göttliche Bürger. Ich bring den gleich. Ich wollte nichts sagen. Lass kurz, lass kurz fragen, lass kurz fragen. Hat der alles richtig beantwortet? Ich schwör, der wusste, er sagt, was er, Frau Demme, er sagt, das ist das, was ich immer mache. Also auch Spaß natürlich, naja, er wusste, was das ist. Okay. Wir haben ein bisschen Spaß gemacht. Sobald ich seh, dass du einmal scheiße brauchst, bist du direkt weg. Was? Hallo, aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ich seh, dass du trollst, dann bist du weg. Okay. Sagen sie, das korrekteste Server-Team. Ja, wenn ihr alle in euren Anzug geht, dann hab ich gutes Thumbnail für YouTube. Sollen wir? Ja, okay, warte, warte. Ein Mechaniker muss auch dabei sein. Und alle, die noch keine IC-Rechte haben, mal rausgehen kurz. Ein grüner links, ein grüner rechts. Einfach Model hier. Können wir auch ne Top-Model-Show machen? Wir nehmen alle die Hände hoch. Einfach eine Fotze in nem Livestream. Wir sind Modelt, ihr habt's geschafft. Ja, aah! Darf ich am Boden reden? Nein. Nein, Fail-RP won. Fail-RP has a won. Gib dir, gib dir nen Bank-RP. Ich wollte dreimal Revive, danke, viermal! Fünfmal! Oh nein! Ah! Sechsmal! Siebenmal! Ja, willst du auch nen Thumbnail dabei sein? Asid ist der beste Supporter. Asid vor Geist. Moment, Moment noch kurz, gleich kommt nen Roter, warte. Stell dir mal vor, wir machen jetzt so umsonst, das ist der nicht. Ja, auf einmal sehr wirklich nicht, Digga. Ja, ich bin's auch nicht. Wenn er's nicht ist, ne, ich höre, er kriegt ein Permaband. Oha, Bruder, wieso Permaband? Er kriegt Community-Ausschluss, kommt jetzt. Oha, Evo Aninstaller regelt. Bruder, ich, 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 ich regle das FFM-Band. Ey, Fit- Chris! Chris! Oh my god! Wir wollten nur nen Thumbnail machen. Hast du Thumbnail gemacht? Ja, ja. Du bist doch schon eingereiht. Wuuuui! Können Sie sich bitte zum LSPD fliegen? Guck mal, sehen Sie das Bild? Sie haben schon wieder gelaget, ich konnte Sie schon wieder nicht verstehen. Sehen Sie, was da steht? Ähm, ja. Sagen Sie, dass das beste Serverteam auf... Da steht Paidlife. Ja, sagen Sie, Paidlife hat das beste Serverteam. Paidlife hat gutes RP. Du solltest sagen... Serverteam! Was wird Serverteam? Ich... Unter meine Fresse-Video. Okay. Du, du, du...